Jo mo mo, ihr fliegt unter auch heute liebe Landratten und Rädchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play TROPICO 5 mit dem guten Badausen. Hallo. Aber ich hab auch langsam angefangen, vielleicht halt auch mit den Köppen hier drüber. Womit kann ich die nennen? Dieses Gebäude produziert nichts. Warum nicht? Mein Bester, wir haben ein eher ungewöhnliches Problem. Oh, ne, ne, jeder. Ach du, grünne wieder. Wie ich höre, wurde eine neue Fernsehstation gebaut. Wo ist das Problem, Leute? Wenn ihr so dringend trinkt, dass eure Nachrichten wollt, dann lebt euch zurück. Das ist mal fett hier im Supermarkt hinbauen. Stellt euch vor, wie ein Glas Milch trinken. Wie hier von meinen großen Zeichen, mit dem auch mein Kind. Das ist irgendwie eine Connection hin. Hunderttausend Heulen. Oh, Gott. Das ist mal noch ein bisschen die Zeitenkraftwerk bauen. Wir warten, die eine gilt jetzt nicht, ne? Wow. Einen Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Glaubst du nicht, ist das Öl hier echt schon versiegt? Guten Abend Unglaublich, he? Okay. 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 Ja, ich bin gerade mit dem Strom zu Gang hier. Ich versuche es, sagen wir es mal so. Und dann nur gerade warum meine Dinge schwinden, meine Leute, Bevölkerung. Das weiß ich nicht. Auch nicht. Das weiß ich nicht. Das verstehe ich nicht. Was denn? Warum da was nicht funktioniert, oder? Warum Leute weniger werden? Weniger? Ne, das ist wohl ein bisschen weniger, sonst bin ich auch. Aber ich glaube, die sind einfach nur gestorben. Von 32 auf 11 auf 9. Ich hatte mal über 1000, jetzt habe ich nur ein 894. Und dann habe ich noch einen 890. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Na ja, warum denn nicht? Oh, fängt durch meine Produktion durch. So muss das sein. Na ja, ein Gebäude zerstört. Natürlich. Ich hab's wieder drauf. Jetzt kann. Ich könnte jetzt aufhören zu regnen. Also langsam. Sollte ja noch mal passieren. So. So. Ah, geht doch. Sony. So. 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 Vielen Dank. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Letztes Jahr verhungern? Ach, die verhungern. Hä? Nahrung oder was? Könnte das bei mir auch der Fall sein? Nahrung? Nö. Nahrungsvielfalt 5. Ehrlich ein Nahrungsverbrauch. Wohin sehe ich das denn? Nahrung. Ach, komm schon. Na, warum muss ich verarschen? Will sie mich verholen, oder was? Was hat er denn hier? Okay. Und hier. Vielen Dank. Vielen Dank. Spielfiguren, geile Sache. Vielen Dank. Spielfiguren, geile Sache. Hey, caramba! Yeah! 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh Mann, ich komme gleich wieder aus einem Minus raus hier. Ja, das Problem ist, dass man im Minus gerade erschöpft sind, alle. Natürlich gleichzeitig, ne? Florisch. Ist ja wohl klar. Wie kann ich helfen? Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. 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 Und bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschüss. Tschau. Okay. Okay. Sie sind ohne Zweifel der schlechteste Diktator, von dem ich je gehört habe. Aber ihr habt von mir gehört. Okay. Okay. Okay.